Dies ist ein Hörerlebnis von Goya Litt aus dem Hause Jumbo Neue Medien und Verlag GmbH. Die Brille auf der Nasenspitze, ganz aufs Strümpfestopfen konzentriert, wie immer eingehüllt in den leisen Klang des Radios. »Ich gehe, Mutter.« »Jetzt? Kommst du zum Abendessen?« »Nein, Mutter.« »Wohin gehst du?« »Ich gehe.« »Das hast du schon gesagt. Wohin?« Die Mutter hob den Kopf und ließ ihre Arbeit sinken. Es war ausgerechnet einer meiner Strümpfe, weil ein unbekannter Ton in Michels Stimme sie aufhorchen ließ. »Was hast du mit dieser Tasche vor?« »Was ist los, mein Sohn?« »Ich ziehe aus, Mutter.« »Aber mach dir keine Sorgen, es ist alles gut.« »Was heißt, alles ist gut?« Sie legte ihre Handarbeit in den Korb, doch das Glasei kullerte durchs Zimmer. Michele bückte sich, um es aufzuheben, und legte es auch in den Korb. »Bis heute, über 25 Jahre und viele Whiskys später, erinnere ich mich an das Geräusch des über den Boden rollenden Stopfeis, Julia.« Aber er sagte ihr nicht, dass das Ei exakt an der Stelle liegen geblieben war, wo jetzt die Füße des Kellners sein Andenken schändeten. Und Julia lächelte fein, blieb aber weiter stumm und hörte zu, ohne mit dem Essen anzufangen. »Ich habe dich etwas gefragt, Miquel.« »Ich ziehe aus, Mutter.« »Und mit einem Anflug von Hochmut?« »Aus Sicherheitsgründen.« »Aus Sicherheitsgründen?« Die Mutter, arme Mutter, die keine Ahnung von meinem Leben hatte, seit ich kein kleines Kind mehr war, nahm die Brille ab. »Wer ist hinter dir her?« »Im Moment niemand. Aber ich möchte vermeiden, dass ihr meinetwegen Scherereien kriegt.« »Hab keine Angst.« Doña Maria Giraud de Gensana, meine geliebte Mutter, von der ich das Gefühl habe, dass sie die Höhepunkte unseres Lebens immer nur vom Spielfeldrand aus miterlebt hat, stand entrüstet auf. Sie umklammerte die Oberarme ihres Sohnes, als sich die schlimmste Furcht aller Mütter zu bewahrheiten drohte. »Du hast dich doch hoffentlich nicht zu diesem politischen Kram verleiten lassen, mein Sohn.« »Je weniger du weißt, desto besser.« Bogart, mindestens. »Davor hatte dich schon dein Vater gewarnt. Wo willst du hin?« »Das kann ich dir nicht sagen, Mutter. Du wirst ab und zu Nachricht von mir erhalten. Ehrlich, du musst dich nicht um mich sorgen.« Ich gab ihr einen Kuss auf die Stirn. »Hast du es deinem Vater gesagt?« Letzte Hoffnung. Feuchte Augen. »Aber wie sollte ich? Papa will mich doch gar nicht verstehen.« Und um die Sache zu vereinfachen, »sag du es ihm, Mutter. Und Großmutter auch. Ihr kannst du ja sagen, ich sei verreist.«